Hallo, mein Name ist Damian Stepanski von Online Marketing Help und im heutigen Video besprechen wir die häufigsten Fehler, die die Werbetreibenden auf Facebook mit den Facebook Ads machen. Los geht's! Fehler Nummer 1, Sie bewerben Ihre Beiträge mit Verwendung von Button Beitrag bewerben. Das ist vor allem deshalb falsch, weil Sie mit dieser Funktion keine richtige Möglichkeit haben, Ihre Zielgruppe zu bestimmen. Sie können nur das detaillierte Targeting verwenden. Sie haben allerdings keine Möglichkeit, Zielgruppen zu erstellen, die zum Beispiel auf Basis von Ihrem Website Traffic erstellt sind oder Zielgruppen von Personen, die sich zum Beispiel für Ihr Angebot interessiert haben oder Zielgruppen, die schon bereits auf Facebook mit ihren Beiträgen reagiert haben oder Zielgruppen, die zum Beispiel ihre bestehenden Remarketing Zielgruppen ändern. Diese Funktionen verlieren Sie, wenn Sie dieses Button Werbeanzeige bewerben, also Beitrag bewerben klicken. Und das ist wirklich fast immer ein Geldverlust, wenn man das verwendet. Also sollten Sie das verwenden, dann besser hören Sie so schnell wie möglich auf. Sie haben auch keine Möglichkeit zum Auswählen, welche Platzierung möchten Sie, auf welche Platzierung möchten Sie, dass Ihre Werbeanzeige sichtbar ist. Sie haben auch keine Möglichkeit zum Beispiel die Stunden zu bestimmen, an welchen Uhrzeiten zum Beispiel Ihre Werbeanzeige angezeigt sein soll. Und es gibt viele andere Optionen, für die Sie keinen Zugang haben, wenn Sie diese einfache Funktion Beitrag bewerben verwenden. Sie haben dann keinen Einfluss, Sie können zum Beispiel nicht das Pixel-Facebook erstellen, aber ich habe das seit Jahren überhaupt nicht verwendet und ich sehe immer wieder nur die sehr schlechten Resultate, die mit dieser Funktion erzielt werden. Also vielleicht hat sich da bei dieser Funktion was ausgebessert. Allerdings, ich bin mir sicher, dass Sie einfach keine richtige Facebook-Anzeige mit dieser Funktion Beitrag bewerben erstellen werden. Fehler Nummer 2 ist, Sie verwenden kein Pixel-Facebook. Ich habe vorher erwähnt, dass Sie mit dem Button Beitrag bewerben keine Möglichkeiten haben, auf Pixel-Facebook zu zugreifen. Sie können dann Ihre Zielgruppe nicht, Sie können dann zum Beispiel keine Remarketing-Listen erstellen, Sie können keine Personen in der Werbeanzeige targetieren, die bereits mit Ihrem Unternehmen auf irgendwelche Art und Weise interagiert haben. Und deswegen, das ist sehr, sehr falsch, wenn Sie kein Pixel-Facebook verwenden. Das kann man immer überprüfen, ob Sie ein Pixel-Facebook auf Ihrer Webseite implementiert haben oder nicht. Und ich habe sogar vergessen zu erklären, was Pixel-Facebook ist. Deshalb sage ich jetzt kurz, Pixel-Facebook ist ein JavaScript, das man auf der Webseite bzw. im Google Tag Manager speichern soll, damit eben die Daten von Ihrer Webseite zu Facebook weitergeleitet sind und damit Facebook auch zum Beispiel erkennen kann, wer von Facebook-User bzw. von Instagram-User Ihre Webseite besucht hat, wer hat sich für Ihr Angebot interessiert, wer hat zum Beispiel Ihr Newsletter abonniert, wer hat etwas bei Ihnen gekauft. Und wenn Sie Pixel-Facebook-Events richtig auch einrichten, Events in solche zusätzlichen JavaScript, dann können Sie auch ablesen, wie viel Umsatz wurde generiert in Ihrem Onlineshop beispielsweise oder wie viele Kontaktanfragen haben Ihre Facebook-Ads verursacht und Sie können auch die Kampagnen data-driven, also data-getrieben optimieren. Und das ist sehr, sehr wichtig und wenn Sie kein Pixel-Facebook verwenden, das ist bestimmt ein großer Fehler. Fehler Nummer drei, Sie verwenden kein Remarketing und keine benutzerdefinierten Zielgruppen, also sogenannten auf Facebook Custom Audiences. Wenn Sie das nicht verwenden, dann verlieren Sie einfach die Personen, die bereits mit Ihrem Unternehmen interagiert haben. Sie können zum Beispiel auf Facebook Zielgruppen erstellen mit Personen, die sich Ihr Angebot angeschaut haben, mit Personen, die mit einem gewissen Beitrag schon bereits auf Facebook mit Ihrer Facebook-Seite auf irgendwelche Weise interagiert haben, die zum Beispiel Ihr Werbevideo auf Facebook gesehen haben, die zum Beispiel Ihre Beiträge geliked haben. Aber auch die Personen, wenn Sie Remarketing verwenden, können Sie auch die Personen mit den Facebook-Ads erreichen, die bereits etwas bei Ihnen gekauft haben oder die zum Beispiel schon ein Produkt in Ihrem Onlineshop im Warenkorb gelegt haben. Und alle diese Personen können Sie, alle diese Zielgruppen können Sie bestimmen und alle diese Personen können Sie erreichen. Der nächste Fehler ist, Sie verwenden keine Look-Likes Audiences. Look-Likes Audiences sind die Zielgruppen, die Ihre bestehende Custom Audienz, also diese benutzerdefinierten Zielgruppen, die ich gerade erwähnt habe, einfach ändern und das funktioniert eben so. Facebook schaut sich an, was sind das für Personen, die zum Beispiel etwas bei Ihnen gekauft haben, wenn Sie das bereits auf Facebook definiert haben, diese Zielgruppen, dann Facebook kann einfach diese Zielgruppen, wie kann ich das sagen, Facebook kann dann Ihre Zielgruppen einfach analysieren und auf Basis von diesen Zielgruppen können Sie neue Zielgruppen erstellen, die einfach die ersten Zielgruppen, die Remarketing-Zielgruppen ändern werden und somit können Sie beim Facebook einfach bestimmen, Ich möchte, dass alle Personen herausgefunden werden, die ähnliche Eigenschaften haben, wie die Personen, die bei mir häufig etwas kaufen. Oder ich möchte, dass die ähnlichen Personen mit den Facebook-Algorithmen herausgefunden werden, ähnliche zu diesen, die sich bereits für mein Angebot interessiert haben. Und diese Zielgruppen kann ich nur dann verwenden, wenn ich eben Pixel-Facebook auf einmal am Anfang implementiert habe und wenn ich diese Remarketing-Listen danach bestimmt habe. Der nächste Fehler ist, muss ich mir meine Liste anschauen, da es ziemlich viele Fehler gibt, die die Werbetreibenden immer wieder machen. Fehler Nummer 5, Sie verwenden nicht richtige Marketing-Ziele auf Facebook, beispielsweise, und was bedeutet das? Beispielsweise, Sie möchten zum Beispiel Leads gewinnen oder Newsletter-Anmeldungen gewinnen und Sie optimieren Ihre Kampagne für den Traffic, beispielsweise für Reichweite oder für Markenbekanntheit und dementsprechend die Facebook-Algorithmen optimieren so die Kampagne, dass Ihre Ziele, die Sie bei Facebook bestimmt haben, erreicht werden. Und zwar, Sie haben zum Beispiel Traffic ausgewählt, dann bekommen Sie sehr viele Klicks und die Kampagne wird einfach die Personen erreichen, die sehr häufig auf die Anzeigen klicken. Und das bedeutet noch lange nicht, dass diese Personen etwas bei Ihnen kaufen werden beziehungsweise sich für Ihr Angebot, für Ihre Dienstleistung entscheiden werden. Deshalb sollten Sie immer wieder auf Facebook diese Ziele verwenden, diese Marketing-Ziele bei Bestimmung der Werbekampagne, die mit Ihren echten Zielen übereinstimmen. Das ist meine Empfehlung und ich weiß, dass das einfach funktioniert. Außerdem, ein konkretes Beispiel kann ich nennen, ich habe in einer sehr großen Agentur gesehen, für ein öffentliches Unternehmen wurde die Kampagne mit dem Ziel erstellt, dass die Blogbeiträge gelesen werden. Das hat die Person gemeint, die die Kampagne erstellt hat. Und dann habe ich mir die Kampagne angeschaut. Die Kampagne war optimiert für Traffic und dann für Klicks. Und ich habe gesehen, es gab laut Facebook viele Klicks. Es gab laut Facebook viele Impressions. Allerdings habe ich weiter in die Statistiken reingeschaut und es hat sich ergeben, dass die Websites-Aufrufe mehr als 200 Euro gekostet haben. Also, damit jemand diesen Blogbeitrag überhaupt gesehen hat, hat das den Werbetreibenden über 200 Euro gekostet. Können Sie sich das vorstellen? Und das ist echte Kista, die echte Kampagne, die jemand geschaltet hat und höchstmöglich weiterhin so schaltet. Und was meiner Meinung nach total falsch ist, weil viele Personen verstehen einfach nicht, dass die Klicks und Websites-Aufrufe auf Facebook zwei unterschiedliche Sachen sind. Wenn Sie Ihre Kampagne zum Beispiel für Klicks optimieren, dann werden Sie auf Facebook sehr viele Klicks bekommen. Aber Klicks auf Facebook bedeuten nur, dass jemand auf die Werbeanzeige geklickt hat und zwar auf irgendwelche Positionen der Werbeanzeige. Könnte die Person auf Weiterlesen klicken, könnte die Person auf ein Bild klicken, das nicht verlinkt war. Das sind alles Klicks. Und das, was diese Firma interessiert hat, war eben, dass jemand die Blogbeiträge vollständig lesen soll. Und was ich in solchen Fällen mache, was ich in solchen Situationen mache, ich bestimme im Google Tech Manager eine Konversion, die darauf hinweisen soll, dass jemand einen Blogbeitrag gelesen hat. Und wie kann ich das herausfinden, wann solches Ereignis zustande kommt? Und ich kann das herausfinden, indem ich weiß, zum Beispiel, jemand hat einen Blogbeitrag gelesen, das heißt, der musste die Seite über 75% runter scrollen und der musste gewisse Zeit auf diese Unterseite verbringen. Das heißt, beispielsweise, er dürfte, ich setze mir eine Konversion, dass jemand zum Beispiel die Seite über 75% runter scrollt hat und gleichzeitig hat über 30 Sekunden auf der Seite verbracht. Und dann wird solche Konversion im Google Tech Manager bestimmt, die einfach Bescheid sagt zu Facebook, die einfach Facebook informiert, dank Pixel Facebook Event, dass jemand gerade den Blogbeitrag vollständig gelesen hat. Und was bringt mir das? Das bringt mir nicht nur die Bemessungsmöglichkeit, von dem, wie weit ich das Ziel erreicht habe, weil ich dann in Statistiken ganz genau gesehen hätte, wie viel hat mich das gekostet. Und ich bin mir sicher, dass das unvergleichbar billiger wäre, wäre als in diesem Fall von einem meiner Kollegen sozusagen. Und das hätte mir nicht nur die Messbarkeit ermöglicht, sondern auch die Möglichkeit einer Optimierung der Webberkampagne. Weil wenn ich solche Konversion bestimme, kann ich danach einfach meine Kampagne besser data-getrieben optimieren, Data-getrieben optimieren. Und Facebook wird sich immer anschauen, was diese Personen, die jetzt gerade angeklickt haben, die Kampagne, und die gerade den Blogbeitrag vollständig gelesen haben, was diese Personen gemeinsam haben. Und dann innerhalb der Zielgruppe, die von mir erstellt worden ist, hätte Facebook die weiteren Personen so ausgewählt und so die Webberanzeige ausgeliefert, dass ich mit der höchsten Wahrscheinlichkeit mein Ziel erreicht hätte. Und das ist extrem wichtig, um eben solche Sachen auch zu verwenden, wie Pixel-Facebook-Events, wie Google Tech Manager bei der Erstellung der Kampagne, um eben besser und leichter diese Events zu implementieren. Und deshalb, wie am Anfang erwähnt, wenn sie ein falsches Ziel auswählen, dann zahlen sie wahnsinnig viel für die Werbekampagne, zahlen sie, werden ihre Ziele nicht erreicht und gleichzeitig werden sie die Kampagne nicht richtig messen und optimieren können. Also sie können jetzt schon hoffentlich erkennen, wie wichtig das ist. Ich habe auf meiner Liste noch mehrere Fehler aufgeschrieben, die ich Ihnen sehr gerne weitergeben möchte. Allerdings teile ich dieses Video auf zwei Teile, damit einfach allen nicht so lang wird. Und nächste Woche bekommen Sie wieder die nächsten Fehler, die die Werbetreibenden auf Facebook machen. Also nächste Woche werde ich es wieder veröffentlichen. Deshalb abonnieren Sie unbedingt unseren YouTube-Kanal, sowie liken Sie unsere Facebook-Seite, damit Sie einfach das neueste Video nicht verpassen und damit Sie einfach die Möglichkeit haben, andere Videos zu bekommen, weil ich gerne mein Wissen mit Ihnen teilen werde, damit Sie auch davon profitieren können. Sie können auch sehr gerne einen Kommentar hinterlassen damit und dann können Sie sagen, ob Sie damit einverstanden sind oder vielleicht kann ich noch etwas besser machen mit diesen Videos. Ich weiß, dass ich viele Fehler mache, aber das ist leider immer der Fall, wenn man kein Muttersprachler ist. Also liebe Grüße, Damian Stepanski von Online Marketing Help und ich hoffe, dieses Video war für Sie relevant. Ich werde Ihnen dankbar sein, wenn Sie auch dieses Video in Ihren Social Media teilen und wir sehen uns in dem zweiten Teil von den häufigsten Fehlern auf Facebook. Liebe Grüße, Damian Stepanski. . Schalleld Music Mama ... Kl menge w